Es ist wieder richtig zu verordnen, an Dokumentenländer zu gehen, als er sie nicht hinlässt. Und die da hinten, die mit ihrer Höhle, sind auch noch an Arbeit. So, da ist man auch ein bisschen, wie das Gau, und da hat man es drin gelegt, und dann hat man es in den Kürtel drin gelegt, und dann hat man es bei den nächsten Laubblättern. Vielen Dank. Vielen Dank.